Oh Mann. Wir sind in zwei Sekunden tot. Ich bin hier vorhin durchgesprintet. Ja, mach mal hier. Außerdem eins, zwei. Wenn du mich jetzt nicht erschossen, oder wenn du mich jetzt erschossen hättest, hätte ich gesagt, okay, hast recht, aber... Das wäre voll lustig gewesen. Ja, siehst du mal. Hättest du mal gemacht. Da ist, glaube ich, eine Polizeistation. Da drüben. Das gelbe Haus. Ja, das ist ein Pontitalstätzer. Wollen wir da hin? Ja, sicher. Aber so direkt Luftweg, Luftlinie? Möglichst so, dass man uns nicht unbedingt sehen kann? Und da ist auch noch ein Krankenhaus. Das ist doch schön. So, wir müssen mal sehen, wo wir da reinkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ich hab das mit der Steuerung nicht mehr drauf. Warum tust du so komisch crouchen? Weil ich's kann. Ne, ich. Achso. Weil du's kannst. Ich mach mal hier die Tür zu. Hallo, Tür zu. Du kriegst die Tür nicht zu. Eingangstür ist zu. Das ist gut. Ich geh gleich mal einen Stockhütten nach oben. Mhm. Das ist eine Cola. Hier liegt, glaube ich, alles noch... Oh, ich glaube, ich hab was gefunden, was uns gefallen wird. Streichhölzer. Ja. Und noch ein paar Stiefel. Was sind das für Stiefel? Jungle Boots. Eine Karte brauchen wir nicht. Nimm ich mit. Was zu trinken. Sehr schön. Noch was zu trinken. Ach, du bist hier? Okay. Noch was zu trinken. Eine Polizeistation, wo verdammt sie die Waffen? Ich hab mal wieder ein Zombie gehört. Ich hab nix gehört. Aber du hast dir die Tür zugemacht. Was sind die Tür? Oh, ich hab ein Zombie gehört. Noch mehr Munition? Ich... Ich hab immer auf dem Dach rum, ja. Ja, mach das. Aber versuch nicht runterzufallen. Nee, das ist ja... Ge... 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 Jurist. Jur... Jurist, so so. Da ist einmal ne Schule. Gegenüber und ein Krankenhaus. Ja, dann... Lass uns beides ab, so. Ich will jetzt erstmal gucken, ob es hier noch irgendeine Pistole oder so ist. Ich hab jedemann Munition gefunden, aber keine Pistole. Sardin. Sardin? Oder... Thunfisch. Weiß ich jetzt nicht. Nee. Nix. Keine Waffe. Gut, dann willst du zuerst in... Ja, komm, wir gehen zuerst in die Schule, da ist meistens was Geiltes drin. Aber keine Waffen. Sagst du. Was ist das für ne Schule? Ja, obwohl. Je nachdem. Liegt hier irgendwas... Ne, es... Was war das denn für Geräusch? Das war der Zombie. Ja. Was war der gemacht? Ich mach mal die Tür auf. Jo, jo. Hallo. Ach, hallo. Mein Lack ist schmerzhaft. Wow. Ein Cooling Off. Ja, das ist bei mir schon die ganze Zeit. Wo springst du denn rum? Achtung. Ich hab immer Angst, dass ich dich treffe. Blut schon wieder. Das ist unfassbar, wie schnell man hier blutet. Oh, Entschuldigung. Das macht nix. Mein Arme ist extrem painful. Ich... Ich... Ich tu mich mal grad... Usen. Die haben die stärker gemacht. Ja. Okay, ich bräuchte ein Rack, glaub ich. Ich hab keines mehr. Warte nicht. Ich hab's grad rausgeschmissen. Drei Stück liegende. Los. Use. Das ist ein bisschen... Oh, jetzt hab ich einen Knochenbruch. Jetzt steht's tatsächlich hier. Aber ich hab ja noch einen Splint. Hopefully this works. Ja, ich hoff's auch. Die Racks kannst du gerne wieder aufnehmen, wenn du möchtest. Ja, hab ich schon gemacht. Also, er verbindet sich jetzt mal. Ich weiß aber nicht... Ja, er verbindet den Boden. Oh, ist gut. Jetzt ist die Fraktur weg. Ja? Ja. Cool. So, gehen wir in die Schule. Ja. Back to school. Och, nö. Also, ich schätze mal, dass das eine Schule oder irgendwas ist. Keine Ahnung. Ein Helm. Ein Helm in der Schule. Er liegt aber auch hinter dem Cowboyhut. Den hast du vermisst, ne? Den will ich haben. Kommt da aber in der Strand? Da liegt was da oben drauf, was zu essen? Ne. Da komm ich nicht dran. Ich versuch's gleich mal. Vielleicht komm ich dran. Hier kriegt man natürlich keine Türen auf. Oh, ich hab mich grad für die erschrocken. Nee. Nee. Ein Brecheisen liegt hier. Ich kann hier leider nix mit anfangen. Streichhölzer. Nee, ich komm auch nicht an den Hut ran. Voll doof. Ja, findest du schon mal noch einen? Dann nehmen wir mal das mit Searing-Kit. Na, das könnte ich vielleicht gebrauchen. Müsst du denn hin? Ich bin stockwärt nach oben. Ach so. Okay. Sprühdose. Bandage myself. Ach, Bandagen hab ich mitgenommen. Ja, die sind wichtig. Teleskopbaton. Was hab ich gesagt? Keine Waffen. Boah, ich bin schon wieder hungrig. Willst du wat? Ich hab dir noch Milchpulver. Ich fress mal Milchpulver. Ne Sprühdose. Ja. Mach's. Aber sonst, ja, Getränke hab ich noch. Na gut, wenn du alles noch hast, dann... Äh, thirsty bin ich jetzt. Nachdem du gegessen hast. Ja. Milchpulver macht dann anscheinend sehr durstig. Ja, friss mal so ne Packung. Hab ich eigentlich kein Interesse dran. Jetzt trinke ich noch was. Jetzt bin ich nicht mehr hungrig und ich hab auch keinen Durst. Durst hatte ich vorher zwar auch nicht, aber... Was ist das denn hier? Cool enough. Military Uniform, Jacket, Autumn, Inspekt. Aber part of military issue, Gorka Air, Uniform, Made of War, Materials, Design to keep you warm, yet flexible. Ich hab was gefunden. Ne Piff, Puff. Ne. Doch. Und du sagst, hier gibt es nicht, ne? Ich hab aber keinen Platz. So. Ich hab keinen Platz für das Ding. Warum cooling off? Das da steht, das hält dich warm. Wie krieg ich das jetzt hier unter? Wo bist du denn? Stock nach oben gegangen. Was ist denn hier los? Brown Jeans? Hat sich jemand ausgezogen. Mein Fireplace-Kid ist ruined. Nein! War es schon voll ruined? Nein. Ich hab's ja gebaut. Ach, du hast... Wie hast du denn das gebaut? Aus nem Stück... Stein? Und, äh, nem Rag. Splint-Winner-Stick-Craft-Splint-Verbindung-Craft-Fireplace-Kid. 22,50 Rounds. Ich mach mal noch eins. Also 22,22. Dann fackeln wir mal hier die Schule ab. Trinke ich mal noch was, dann kann ich eventuell die Pistolen nehmen. Man kann auch bestimmt brennen, wenn man da durchläuft, oder? Na, vermutlich. Testen will ich's nicht. Wär cool, wenn man Leute schubsen könnte. Jetzt hab ich ein Pristine-Fire-Starter-Kit. Fireplace-Starter-Kit. Du solltest dich aber nicht reinsetzen. Guck mal. Das sieht aus wie ein Haufen Müll. Ich kann's nicht verwenden. Ich kann's nur inspekten. Gut, das ist ruined vielleicht. Ach, das ist das Kaputte? Das ist das Kaputte. Wart mal, ich leg mal das Ordentliche noch da hin. Wow, 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 wow. Ah, ja, jetzt hab ich zwei Auswahlmöglichkeiten, die sind beide leer. Fireplace-Kit. Jetzt ist es weg. Jetzt hab ich's aufgenommen. Boah. Gut, ich hab auch kein Feuerholz mehr, also deswegen. Ach, Feuerholz brauchen wir auch noch. Ja gut, das ist eigentlich nur das Starter-Kit, ne? Also, so was wie Papier und Reisig und so ein Zeugs. Ich hab jetzt gedacht, das wär so eine schöne Steinstelle so, wo schon alles drin ist und man muss nur noch Feuer dran halten. Schön wär's. Ich mein, ich hab so eine schöne Jacke, ne? Ja, ist richtig. Die hält dich trotzdem nicht warm, oder was? Doch. Sie hält mich warm. Ja, sollt eigentlich warm halten. Ich zieh jetzt wieder die Gelbe an. Hallo? Nein. Ich kann die Waffen mit der Munition nicht beladen, die ich hab. Wo ist das hin? Wo ist was hin? Die. Vielleicht ist sie nach oben gewandert. Oh! Ja, hier liegt's. Da war nämlich mein Regen-Cape drin, zwei Rags und Dings-Kirchen. Ich komme zu Hilfe. Ich blut schon wieder, das gibt's doch nicht. Warum trifft er mich jedes Mal? Michi nicht. Wie? So. Hab ich Rags? Nee, hab ich nicht. Kommt sofort. Wo sind die hin? Ich hatte doch mal Bandagen. Oh, wo ist sie denn? Ach man, warum geht das denn immer in den zweiten Stock rein? Komm her, ja. Ich hab hier... Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Nee, die sind jetzt in den ersten. Da liegen sie auf dem Stuhl. Da liegt doch noch ne Jacke, ne? Meine Jacke liegt ja auf dem Boden, weil die da drinne waren. Achso. Oh man, oh man, oh man. Ich brauch unbedrinkt ne Waffen. Legst du die mal bitte wieder hin? Ja, leg die nicht hin. Willst du... So, jetzt hat er sie hingelegt. Will ich das da haben? Die Sichel? Ich hab ja ne Machete, also daran hängt sie eigentlich nicht. Ja, bei mir ist das irgendwie immer... Die packt die immer weg. Hast du keinen Platz mehr im Inventar irgendwie? Oder? Doch. Dann will sie sie nicht. Ich... Ich nehm die dann... Also ich benutze die und dann, wenn ich angreife, greife die ein paar Mal damit an und denk die sich... Nö. Hm. Nö. Das liegt jetzt wieder. Wir wollten zu einem Krankenhaus, ne? Ja. Ich leide etwas an Blutverlust. Hast du deine Rags wieder mitgenommen? Ja, ja. Gut. Oh, da ist ne Feuerstation, seh ich grad. Feuerwehr-Dingens. Da, die Straße runter, ne? Ja, da ist ein Turm, da vorn. Woh! 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 Noch einen zweiten Zombie gehört hier, wo? Woh! 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 Na gut, man muss jetzt dazu sagen, dein Schuss hat natürlich den einen hier noch angelockt. Mhm. Das war schön in die Hacke noch rein. Wie liegt denn der jetzt da? Auf der Seite. Bei mir liegt er auf dem Rücken. Na egal. Der da liegt lustig da. Wollen wir jetzt erst zum Feuerwehrhaus oder zum... Komm, wir gehen erst hier in das Ding.